Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Baldur's Gate, zusammen mit dem Andi. Hallo Andi! Hallo Topo! Und wir haben letztes Mal... Ich habe letztes Mal etwas verkrackt. Du hast letztes Mal verkrackt, ja. Aus irgendeinem Grund ist die Aufnahme einfach abgeschmiert, die letzten 5 Minuten. Kriegen Erfahrungen. Und ihr habt einfach den Kampf hier in dem... Ja, ich habe einen Zauber gelernt. Hier in dem Kampf, in dem Raum. Habt ihr verpasst. Und das Gedute hier... Ich glaube hier gab es nichts Tolles. Ehrlich gesagt... Wir haben gekämpft gegen irgendwas Unwichtiges. Einfach gegen Vampire waren. Und somit quasi das Lager von der Budi ausgelöscht. Und wir haben uns hier oben noch das Ding angeguckt. Da war auch nichts Tolles drin durch. Ich glaube wir haben nichts Tolles mehr gefunden. Ich habe es nicht vergessen, dass ich wieder links klicken muss. Das ist immer die Umstellung zwischen LoL und Baldur's Gate. Das geht auch mit Rechtsklicken übrigens. Aber ich glaube Angriff nicht. Das weiß ich. Angriff nicht mit links klicken. Genau. Das Tagebuch sagt, I must go to the graveyard, the trick to deal with the survival guild. Alles klar. Haben wir gemacht. Das Tagebuch da. Hier gibt es auch nichts mehr. Jo. Ah, vielleicht können wir draußen noch... Jetzt müssen wir zurück zu den Schattendieben. Halt. Ja, meinst du? Lass vielleicht mal gucken, ob wir draußen noch ein Papier töten können. Bist du schon oben? Bei diesen Sarkophage. Nee, ich komm grad. Spiehl mal den tollen Sound ab, den man die Zuschauer doch so gern hört. Ja, genau. Du musst die Party anbieten. Oh, bei mir ist er auf Deutsch immer noch. Echt? Ja, ja. Ich hab ja ein deutsches Soundpack. Aber manches Deutsch, manches Englisch. Im Englischen ist die Stimme viel geiler. Ja? Jo. So ein bisschen wie der, wie der Smoke. Vom, vom Bass meine ich. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Ja, das war der einzige Grund, warum sich der Hobbit richtig gelohnt hat. Allein wegen der Drachenstücke. Das war einfach, warum man sich im Kino antut. Die war echt fett. Also... Gut, da muss er zu sagen, wir haben ihn nicht in 3D gesehen. Aber war auch nicht nötig. Ja, ich fand, es gab jetzt nicht so viele Stellen, die das in 3D so toller gemacht hätten. Okay. Kannst du hier unten anklicken? Nee. Dann gehen wir hier wieder raus. Und zwar hier unten. Komm, Bubbele. Ganz unten links? Ja, genau, ganz oben rechts. Besser, komm mal zusammen. Ja, wir wünschen euch natürlich noch ein fröhliches neues Jahr an dieser Stelle. Ach, da unten. What the fuck. Ja, genau, von mir auch. Natürlich. Genau. Auf dass ihr gewöhnt bleibt und eure Wünsche in Erfüllung gehen. Genau. Und dass ihr euch anstrengt, dass sie in Erfüllung gehen. Oh ja, das sowieso. Das ist das Wichtigste. Heute Morgen schon joggen. Ja, ein Traum. Was du? Ja, ja. Ja. Voll gut. Andi, ich bin stolz auf dich. Auch das gute Wetter genutzt in Freiburg. Ja, hier ist auch gerade geil. Genau. Und, äh, richtig. Dann lass unten rechts rausgehen aus dem Viertel. Und dann, ähm, ja. Ne, jetzt so langsam zieht es ja auch ein bisschen zu, wenn ich da so rausgucke. Ja, es ist halt Abend, weißt du? Genau. Aber ich geh nachher noch geil rackletieren. Hm, man, 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 man. Ach, deswegen hast du den Käse gebraucht, der noch übrig war von Sebastian. Ja, richtig. Ja, ja. Genau. Ja, wird jetzt heute Abend einfach verwertet. Geh vielleicht noch ins Kino. Oh, Winn, was gehst du? Äh, das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Oha. Klarer話 ganz stiller. Kleine, der klang ganz witzig. Oha. Aber ist doch nicht ganz sicher. ulla guckt mal. Vielleicht treffe ich ja den Jakob. Vielleicht. Da sind wir heute Abend auch im Kino. Wo bist wir hin? Docks oder? 2 Minuten Terraria aufgenommen. Ja, genau. Habt ihr eine Folge gemacht. Hab ich es richtig verstanden. Weiß. Oh. So, wie viel das so genau war. Ja 20 Minuten wurde mir gesagt. Achso ja, keine Ahnung. Immer die Magier. Stimmt. Hupoint. Habe ich das coole? Einen coolen Zauber? Ich hoffe doch. Ja, bei mir gibt es halt, wenn ich aufnehme, nicht so viel zu sehen, weil ich natürlich nicht so Magie habe in meiner Champion-Auswahl. Tobi kann ich nix, ey. Tobi kann ich gar nicht. Ich bin komplett lol verseucht. In meiner Charakter ausgabe. Schießt der Hübleck eigentlich? Ich kann jetzt mal befreiten, wie lol. Hä? Ich kann jetzt halt mal fahren. Ui. Ui, okay, wir können weiter. Hast du Gold aufgesammelt? Ich konnte den lieber noch mal. Ja, siehst du 87 Gold hier einfach auf dem Boden liegen lassen. Mal gucken, da war ich nicht. Ich hab nur die Magier. Kontrolliert. Das ist dann alles, aha. Na, ich merk, der Ingame-Sound ist ein bisschen zu laut, aber ich glaub, das meine ich einfach so. Guck mal, wieso gehen wir hier? Ah, okay, passt. Manchmal laufen wir hier so ganz abstruse Wege und wird nirgendwo angegriffen. Tobi, wir möchten wieder in die Docks. So. Das war das Gebäude links, oder? Glaub ich. Wo ist denn? Da. Wir nehmen den Haupteingang. Jawoll, herren. Hast du das überhaupt? Ja, ja. Ist orange, genau. Hier, oder? Mhm. Ach, wir spielen irgendwie grad zu selten. Ich komm grad nicht richtig in die Story rein, weißt du? Ja, ich auch nicht so ganz. Kommt jetzt wieder, kommt jetzt wieder. Bald beginnt ja ein neuer Abschnitt dieses Spiels. Oh Gott, wo ging's denn zum Aran? Da oben rechts. Dann würd ich sagen, rennt da Minsk wieder rüber zum Aran. Andi, du gähnst, das gefällt mir, danke. Ja, wir haben... Noch keine fünf Minuten war das Gate gespielt und angefangen zu gähnen. Das ist echt phänomenal, weil bei allen anderen irgendwie fasziniert es nicht. Ja, das ist nur hier. Kriegst du Minsk kurz nach hinten? Si, klaro. Unten rechts. Und wo geht Minsk, schweig steht. Was für's Kohle? Ja. Hey, da sitzt er an der Ecke. Shadow Thief. Bist du der Typ? Ja. Es ist in deinem besten Interesse nicht, nicht, um Zeit zu verhören. Geh in den Dravenstädten, und zerstöre die... Schöne in der... Was? Was? Ja, dann haben wir irgendwas zu übersehen. Nee. Ich mag die Stadt nicht. Sie sind auf der Rückseite, das wäre unverfassbar. Vielleicht hätten wir dann noch irgendwas töten müssen, ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir irgendwas vom letzten Mal übersehen und einfach nach dem Kampf aufgehört. Ich weiß es nämlich selber nicht mehr. Aber wieder so lange her ist es aufgenommen. Zwei Wochen oder so. Ja, jetzt war noch die Weihnachtsferien. Ferien? Ferien, Ferien, die Schulen bleiben, du. Ferien, da haben die Schüler rum. Jetzt musst du weiter rein. Jetzt musst du weiter rein. Wir gehen oben links raus. Jawohl, Meister. Kannst du was von der leckeren Trinkwasserbrause aus dem Hahn einschütten? Hä? Wasser. Wie ist es denn eine Brause? Das ist ja keine Kohlensäure drauf. Ja, für mich ist alles Brause. Ja, okay. So, wir wollen ins Friedhofsviertel. Wo ist es da? Nein. Ja, ist natürlich jetzt ein Schale. Wir gehen wieder oben rechts rein. Wahrscheinlich ist der Eingang unten links zu. Ja. Die Minz-Kate ist so in dem Place oder so. Pew, pew! Oder hätten wir komplett das ganze Ding da unten schon säubern sollen? Ja, wir haben doch alles da unten gesäubert. Ich sag's, da gibt's noch viel mehr, dachte ich. Du wirst nicht mehr mehr. Ich weiß, dass die Nadia Bullshit zusammenläuft. Sieh mal meine Lösungsbücher rauskramen nachher. Guck mal, die Nadia backt irgendwo rum. Nein. Die ist ein bisschen verballert. Weil du nimmst auf, deswegen mach ich das schnell. Hast du die auch bei dir? Nein, aber es gibt so was. Online. 21. Jahrhundert und so. Mhm. Ich glaub, vielleicht müssen wir in dieses Blutding rein. Weißt du, in diesen Raum mit den Zack-Zacken? Da waren wir doch schon. Vielleicht kann man in der Mitte irgendwie runter oder so. Warte mal. Ich glaub, wir waren noch nicht im richtigen Hauptquartier von den Vampiren. Das kommt da. Hallo? Reiß mal da rein mit. Ja, das heißt, wir gehen jetzt wieder da oben links hin, oder? Also wir gehen jetzt nochmal runter. Darauf wir vorne rauskamen, oder? Ja. Genau. So. Dieser große Blutraum macht irgendwie keinen Sinn, weißt du? Der ist einfach nur nutzlos. Ich versteh nicht. Ich drück schon Tab, um die Champions anzuschauen, wie viele Skills sie haben und so. Ist echt gut. Ah, ich weiß, wo wir hin müssen. Was ist das? Hm? Und zwar in diesen Fallensaal da rechts. Fallensaal? Dieses große, runde Ding da. Der von riecht doch. Das Blutding, meinst du? Ja. Das hatte ich gemeint. Mit den Stacheln am Boden. Ja, genau. Müssen wir da wieder rein. Boo and Boo and I. Hamster und Rangers überall. Rejoice! Ja, aber da kriegt man einen guten Schaden, das weißt du. Der Typ will sich da mit uns treffen. Was? Da war ich aber drin? Ja, aber wir waren da am Anfang drin. Wenn du ganz am Rand läufst, kriegst du doch keinen Schaden. Geh mal vor, Minz. Geh mal gucken, ob der da so auch wird. Schäden! Schäden auf meine Schäden, während du kannst. Ganz am Rand, alles klar. Anni, du bist ein Tier. Kriegt mir echt keinen Schaden. Ach. Aber da ist er. Ja, sagst du mal. Klärft uns jetzt an? Weiß nicht. Du könntest ihn rausziehen, das wär süß von dir. Ja, tut er. Ah, der ist Agro, der ist Agro. Lauf, Minz. Dann lauf weiter. Du bist eh schneller als er. Ich weiß. Guck, dass er an deiner Sicht bleibt. Ich versuche. Komm her. Oh, ich hab mein Charakterfenster. Okay, jetzt. Okay. So. Wir verballern gleich mal so ein bisschen Arcfield auf ihn. Steht Minz im Weg, oder passt das? Ne, der steht ja wunderbar. Da soll er auch stehen bleiben, weil dann tankt er ihn. Wir machen erstmal so billig Zauber auf den. Ist ja nicht der Halbling an ihn dran? Ist er schon tot? Lord. Wtf. Wtf. Jetzt müssen wir ihn folgen und unten zerstören, glaub ich. Oder hier oben? Hier oben mal alles zerstören. Probieren wir das aus. Der ging aber jetzt relativ schnell irgendwie down. Schon. Und. Pfff. 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 Ah, jetzt gibt's. Jetzt kann man den unteren Sarg anklicken. Und. 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 Du bist in deinem Weg, nicht wahr? Pfff. Hast du eins gemacht? Oder was was? Ja. As you are told. But by who? Employers that cloak themselves in shadow, disguising their motives. Do you know any less of me? You will say anything to try and talk me out of this. I will not listen. You may believe what I say or not. I have a little concern about the matter. I would seem you are determined to make this nuance? Nuissance? As of immer of yourself regardless. Tell me, have the shadow thieves done more than promise? Have they delivered anything? Or have they simply made certain you are always within reach? I imagine they are confused as to what their goals are. Have they said why they sought your service? Why they offered to help you? Hmmm, yeah. Have you? Was the goals important to them? Or were you being observed, your capabilities mapped and charted? Ask yourself what you bring to the quest gold? Gold is never in short supply for long. Maybe. But there are others that would serve as well. Blablabla. Blablabla. Oh no. I have to talk a lot. I am sure that everything is in the woods. No one loses me. Oh. I have a bit of a mistake. I have to do it too. I don't want to go over. Yes, we don't want to go over. Okay. So. Richtiges gesagt. Rotteros, consult your question. Make your threats in life and talk to the boat. Oh, die greifen sich direkt an. Tatsache. Aber werden sie jetzt hier nicht töten, so. Ne, aber ein bisschen. Weil ich mich erinnere. Pizza-Party auf sie machen. Die Bode. What the fuck? Ich glaube, wir sind ein bisschen stark hier. Kannst du mal sagen? Well, das war... Sorry, lass mich weg. Ich will nicht weg von mir so schnell. Oh, yes, ich will. Das ist witzig, wenn wir sie jetzt gekillt hätten. Das wäre, glaube ich, nicht so witzig gewesen. Genau. Also, sie wollte, dass wir sich ihr... Sie hat jetzt versucht, uns zu bereden, dass die Schattenliebe uns nur benutzen und dass wir uns hier anschließen sollen. Darauf sind wir natürlich nicht eingegangen worden, hat sie uns angegriffen. Weil wir voll ehrenhaft sind und so. Genau, wir sind voll die Homies. Bisschen heilen und so. Und sie wusste, dass wir ein Kind bald sind. Steht im Tagebuch. Voll gut. Wie steht denn da? Ach, einmal Scott, wie der Grafjahr hat das gekriegt. Defeat in 9. Ich habe die Rival Guild voll von Vampires, als es war, und habe faced Bodhi. Sie hat gesagt, dass sie etwas von Imoen kennt. Und sie hat mich verletzt, bevor sie left in Gass's form. All das bleibt jetzt ist, dass sie zurück zu Aran und sagen ihm, dass die Guild ist gone, sogar wenn der Leader bleibt unkilled. Ich werde Fragen für ihn auch. Aber one more trouble thing, Bodhi knew, she knew I'm a child of Baal. Baal, oder wie auch immer der heißt. Der heißt. Ah, okay. Ich glaube, jetzt können wir wieder zurückgehen. Ja, sie hört sich so an. Dann gehen wir wieder zurück. Gut, dass wir das im ersten Mal verkackt haben. Dann gehen wir da raus, wo wir vorne rausgehen. Same procedure as last year. Last time, last year, what's so ever. Habe ich dieses Mal nicht gesehen. Ich glaube, es ist ja am ersten Mal seit 5 Jahren oder so. Ich habe tatsächlich schon wieder auch nicht gesehen. Kein schlechtes Zeichen, oh gut. Du bist ein schlechtes Zeichen. Lass mal oben links rausgehen diesmal. Komm, wir machen was Neues. Vor allem ist es viel kürzer. So. Ich wollte jetzt der Taste drücken, um den Charakteren zu folgen. Wo ist denn der Ausgang? Bei mir ehrlich gesagt auch gerade. Also, ich kann ihn nicht anklicken, du. Ah, doch, da oben. So, Nuk, Nuk. Ach, ja. So, Nuk. Zeige ich dir mal, wie man da richtig hinreißt. Super Arbeit. Sehr gut. Oh, scheiße. So, dann nochmal zu dem anderen. Wir haben gerade irgendwie zu wenig Nebenquests auf. Wir haben alles gemacht in Nebenquests. Was wir nochmal probieren können, manche schaffen mittlerweile den Lich. Im Stadttorviertel. Zum Beispiel. Es gibt ja drei insgesamt. Schlimmste Idee. Haben wir die Litiden schon gekillt? Die, Wett? Die Litiden? Was sind das? Äh, ich weiß gar nicht, wo die sind. Wir hatten nur die Sklavenfürsten gemacht. Ja, genau. Haben wir die Abwasserkanäle schon gemacht? Ja, haben wir ja, diese Litidenbasis. Also, Gedankenschinder und so. Ja, das haben wir gemacht auf jeden Fall. Aber was wir nicht gemacht haben, Moment. Was wir nicht gemacht haben, ähm, ist der, der Lich im, ähm, in der Kanalisation. Da gibt es auch nochmal einen, oder? Ja, es gibt drei insgesamt. Aber das ist der Fetteste hier von allen, hast du gesagt. Dachte ich. Ja, den gibt es am Ende nochmal. Ich beifel, dass wir den schon schaffen. Und den im Stadttorviertel? Weiß ich nicht. Den haben wir, glaube ich, sogar mal kurz probiert. Die sind alle ungefähr gleich, bis auf der ganze am Ende. So, you have returned, oh, has with them. It was, I destroyed many of the followers, but she herself eluded me. That is of no consequence. That her guild was destroyed is what truly matters. We should see a decline in the disappearance of our members now. 50.000 Erfahrungen, wow. Für jeden, Leute. Mhm. Einer kommt in Stufe, oh. First was come and a miss of swords, and I certainly hope you can see beyond it. We should not dwell on the old, when the new is so threatening. It was the shadow thieves that attacked Irenicus in Wukin's Promenade. We have followed you ever since then. Oh, so viel text. I'm sorry, I have not been fully honest, but we had to be sure you were not working for him. I assure you that we are still on the same side. We knew of your capture almost as soon as it happened. Very little occurs in the city that we are not aware of. We paid little mind. Even through it was done outside of the shadow thieves. We thought that a simple kidnapping was nothing to be concerned of. But soon after that, we started losing people. That was when Booty appeared. Though we did not know her name at the time. Members... Alter. Members were threatened or seduced... Seduced into the... Also verlockten, oder? Was ist das? Seduce? Verführen, oder sowas? Ja. Into her guild. None were seen again. We still don't know where most are. Even her... ...gatherer, whatever... ...could not have fed on them all. By chance, a body was found in the sewer, leading us to Irinikos and his strange dungeon. We battled and lost, but the cold wizards took him, as you saw. We must take partial responsibility for your loss of Imoan. But our chief concern was Irinikos at the time. We still don't know why they killed our guild members. So we followed you. You were the only living thing to emerge from his prison. We watched you ever... Oh, Alter. We watched you every step, and made sure you would be close to us. We had to be sure. We could not let an enemy into the guild, when we are so weakened. In truth, your gold was much needed as well. Oh, Alter, it doesn't stop, Andy, you're dead. You thought you could lead us to him, and you can't. You seek Imon and Rinkos, and we seek answers. They were taken to the same place you see. Next to the floor. Next to the floor. The cold wizards took them to the wrong place. Mages in a gutter truly fear a place, where their powers triplex their mind. The mind's laid open for study next to Folio. I have heard it called a residence for the magical ethelian, but mages just call it Spellhold. It's an asylum where people are sent to disappear. You must realize that it is not as simple as launching an assault. Spellhold is a fortress asylum designed to hold mages and other talented people. Talented people. Is it just the psychiatry, right? The island, it is located on, is under its own rule, and even the cold wizards are not certain what comes of those sent there. No one wanted to be associated with it once it began. It is difficult enough, just to book a passage. That is what your goal was for. Once on the island, you will be on your own to be able to attend the asylum defenses and with the pirates that run the place. Return with Imowen as you wish. Kill Irenicus if you can. We're not sure. Spice with the altar. Spice with the altar. Have You ? Okay. Okay. Gut, dass du die zwei genommen hast. Oh. Du bist echt unglaublich. Aber unsere Inventare sind ziemlich voll, oder? Ich level mal kurz ab. Auch da gibt's Händler, das ist gar kein Stress. Haben wir denn sonst nichts mehr? Jetzt erstmal mal kurz nochmal checken. Nein, wir haben tatsächlich nichts mehr. Quests. Das mit, mit, äh, Ding mit... Booty ist noch nicht zu Ende, oder? Die lebt ja noch. Ja, aber derzeit ist es zu Ende. Okay. Important Events. Das ist das alte noch. Du hast recht, ne? Eigentlich haben wir echt nichts mehr zu tun. Richtig. Also, go, go. Ja? Du hast etwas zu informieren? Ja, ich kann's dir zwei sagen. Ist gut, danke. Ich hoffe, wir alle finden, was wir suchen. Erzähl was. Jetzt kommt ein bisschen Filmchen. Kommt Kapitel 3, oder 4? 4, glaub ich schon. Oha, was geht denn da? Erwachsen, Kind. Es ist Zeit für eine andere Test. Oh, bitte. Ich kann nicht... Patience, Simona. Soon wird es kommen. Nein! Mach das nicht! Ich will nicht sterben! Silenz, Hund. Du hast keinen Grund, aber zu sterben bei meiner Hand. In Cactus, Vulcan, Imperium. Die Krauen sind da, meins. Ja ok. Du bist fast bereit für die Immoen. Sie wird glücklich sein. Ja ok. Die erzählen es bei dir auch, oder? Auch wenn es relativ leise ist. Ja, die sagen jetzt eigentlich nur, dass sie da überfetzen. Gut, viele Töne, die sich nicht auslösen. Ja, das ist klar. Da hatten wir ja schon zwei gemacht, oder? Ja, aber es ist nur fünf oder sechs und die werden echt noch... Aaron Linvale has proven trustworthy. You are soon under sail with the flamboyant Saman Hevarian at the helm. The journey is uneventful. And if there were other ships on the same course, they must have kept a discrete distance. You make good time and soon there is a sizeable island on the horizon. It might have been considered a pleasant place, but a grim shadow extends the length of it. The asylum, spellhold, looms from a cliffside. Hat das bei dir auch fertig gelesen? Ähm, ja. Können wir nicht done drücken, wa? Done. Donut. Oh, jetzt ein Donut. Äh, bei mir hängt gerade das Spiel. Bei mir auch. Da ist einen coolen, blauen Kringel in der Mitte. Was, blaue Kringel? Mhm. Ja, okay. Ach den, jetzt hab ich ihn auch. Reagiert nicht. Programm schließen. Okay, gut. Auf Antwort des Programms warten. In dem Fall, äh, bis später. Dann bis gleich. Später, tschüss. Los geht. Ich separat.